So, ich bin bereit, wenn du bist? Ja, nur ein paar Fragen, wenn du möchtest. Ich möchte nur wissen, welcher Weapon ist das? Welcher Redout ist das? Welcher Booster ist das? Das ist ein 5.56 mm Kull. Das ist eine amerikanische Weapon. Wir benutzen einen Aimpoint. Mit einem Aimpoint Magnifier. 3x Magnification, 3.4x. Das ist die Größe von dieser Weapon ist ungefähr 300 m. Wir haben 30 Runden in der Magazin für diese Weapon. Das ist eine Standard Weapon, die wir in unserer Firma benutzen. Das ist ähnlich wie bei der normalen Infantrie. Nur wir haben eine kurze Version. Ah, das ist eine Karbine Version. Okay. Der Effektor ist ungefähr 400 m. Das ist ungefähr 100 m. Aber das ist die große Unterschiede. Und das ist ein bisschen leichter. Es ist leichter, leichter zu tragen, leichter zu handeln. Und das ist für eine Airborne Division? Und das ist für normalen Infantriemen? Ja, wir sind alle Air Assault. Ah, okay. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Also dieses Riffle war nicht für Airborne-Unitte. Aber wir benutzen sie, weil sie der Lichterweite benutzen. Aber sie würden auch die kleineren Version preferieren. Es ist leichter zu benutzen. Das ist leichter zu benutzen. Das ist alles, was ich wollte wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.